Hilfe, ich brauche Hilfe. Mein Arm hat einen Ausschlag. Okay, dann müssen Sie kurz warten. Okay. Simsalabim, die Kräuter sind fertig. Danke. Uah! Was ist passiert? Ich werde sie anzeigen und sie werden verbrennen. Nein, bitte nicht. Ich mache Ihnen eine neue Creme. Machen Sie schnell, das brennt. Chiribu, Chiribah. Ich hoffe, das hilft, sonst gibt es Ärger, du Hexe. Wow, das hilft wirklich. Danke. Tschüss. Bitte, tschüss.